WISCOM Engineering AG – der führende Anbieter für Gebäude- und Industrieautomation im Raum Zürich. Steigern auch Sie Ihre Konkurrenzfähigkeit. Mit richtig klimatisierten Gebäuden und effizienten Betriebsabläufen schaffen Sie zufriedene Mitarbeiter und berechenbare Produktionsbedingungen. Wir realisieren intelligente Systeme zur Vernetzung von Anlagen, Maschinen und Gebäuden für strategische Kunden wie Banken, Universitäten, Spitäler, Pharma, Gewerbe und Industrie im Grossraum Luzern Zürich-Basel. Wir begleiten jedes Projekt von A bis Z. Unsere Spezialisten erstellen Elektro-Schematas, programmieren Software für die Automatisierung und das Management und leiten die Inbetriebnahme. Danach sorgen wir mit unserem Service für die perfekte Instandhaltung und für den tadellosen Betrieb. Dank pausenloser Überwachung behebt unser PIKET-Dienst alle Störungen rasch und rund um die Uhr. Mit steter Weiterentwicklung, Engagement, Qualität und solider Dokumentation schaffen wir nachhaltige Ingenieurlösungen auch bei anspruchsvollen Sonderprojekten. WISCOM Engineering AG – Wir machen auch Ihr Unternehmen erfolgreicher mit der richtigen Gebäude- und Industrieautomation.